Du willst deinen Geschwistern oder Cousins vorlesen? Vielleicht eine kleine Familienrebellion anzetteln? Wie wäre es dann mit Mathilda von Roald Dahl? Mathilda ist ein kleines Genie, das in einer nicht so genialen Familie aufwächst. Als sie in die Schule kommt, begegnet sie mit der kinderhassenden Lehrerin vor einem Knüppelkuh noch ganz neuen Herausforderungen. Doch Mathilda ist nicht nur ziemlich schlau, sie hat auch ein paar ganz besondere Tricks drauf. Für diese Geschichte baut man gerne Marikaden. Herzlich Willkommen zu unserem Advent-Quiz. Die Antwort auf die Frage von gestern ist, morgen findest du es was geben und Patterson kriegt Weihnachtsbesuch. Die Frage von heute ist, in welchen Märchen fallen die Worte? Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du schöne bunte Kuh? Was sagst du dazu? Die Antwort darauf gibt es morgen. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020